Sein Buch Russendisco hat ihn berühmt gemacht. Wladimir Kaminer schiebt sich hier schon immer ein bisschen seitlich ins Bild hinein. Der ist jetzt bei uns und er schreibt eben sehr lustig über das Leben in Deutschland, sein Aufwachsen in der Sowjetunion und jetzt auch über das Leben mit pubertierenden Kindern. Coole Eltern leben länger, ist gerade eingestiegen in die Spiegel-Bestsellerliste. Herzlichen Glückwunsch Wladimir Kaminer und herzlich willkommen im Frühstücksfernsehen. Danke für die Einladung. Da, wo Sie jetzt doch rein dürfen, obwohl die Kinder eigentlich es gar nicht erlauben wollten. Doch, doch. Die Kinder erlauben mir inzwischen solche Auftritte. Sie sind auch im Grunde genommen schon erwachsene Menschen. Das mit der Pubertät, die können über sich selbst lachen. Sie haben dieses Buch gelesen und Selbstironie gehört eigentlich aus meiner Sicht nicht zur Pubertät. Das heißt, Sie werden langsam erwachsen. Sie sind auch jetzt gerade so 15 und 18 geworden, also so das Alter des Schlimmstes überstanden. Wann war der Zeitpunkt, wo Sie am coolsten bleiben mussten? Mit dem Leben, im Leben Ihrer Kinder. Ich, wir jetzt, als Elternteil. Das war vielleicht der 16. Geburtstag meiner Tochter. Jetzt hat sie, vor einer Woche hatte sie ihren 18. Darüber ist nichts im Buch nachzulesen, weil das war ja gerade eben. Sie war sehr traurig, sagte, das ist vielleicht der letzte Geburtstag, denn es sich lohnt zu feiern. 18. Danach wird man nur älter. Und hat drei Tage lang gefeiert. Bei dem 17. Geburtstag wollte sie mit anderen Mädels nach Paris fahren und Jim Morrison ausgraben. Und der 16. Geburtstag war die Facebook-Party. Da musste ich, glaube ich, das war kompliziert. Weil damals, mit 16, war meine Tochter sehr antikapitalistisch eingestellt. Sie sagte, sie will eigentlich überhaupt keinen Geburtstag feiern. Und Geschenke will sie auch nicht, weil das alles kapitalistische Erfindungen sind. Extra ausgedacht, um Menschen zum Kauf von Sachen zu bringen, die sie nicht brauchen. Diese Geschenke wollte sie nicht haben. Stattdessen sollten wir ihr gleich Geld geben. Damit sie selbst bestimmen kann, was sie braucht, was nicht. Und wir sollten damit auch nicht warten bis zum Geburtstag. Weil das ist ja nur ein symbolisches Datum. Die Party wird irgendwann mal sein. Aber pleite sei sie schon jetzt. Und statt Geburtstagsfeier wollte sie eben diese Facebook-Party. Wir wussten nicht, was das ist. Und das kam, also meine Nachbarn, glaube ich, erinnern sich noch immer an diese Party. Es kamen sehr viele Leute, die niemand kannte, die sie auch nicht kannte. Eigentlich war das ein Raubüberfall. Aber inzwischen wissen wir alle Bescheid. So für alle Eltern, die das jetzt hören und sagen, okay, mein Kind ist jetzt in dem Alter. Die nächste Party könnte eine Facebook-Party werden. Wie kann man dann, wie bleibt man dann cool? Einfach hinterher aufräumen? Einen Handwerker holen, der alles repariert, neu streichen? Ja, das ist auch eine Erfahrung. Verstehen Sie, man kann diese Kinder nicht schützen. Also das ist eben, so ist die Welt. Und die müssen lernen, damit umzugehen. Wir hatten keine Facebook-Partys in der Sowjetunion. Das Beste, was wir uns vorstellen konnten, war dann ein Treffen hinter der Garage mit fünf Flaschen Bier. Dann war das so nicht viel anders als in Deutschland. Eigentlich nicht. Das war früher so. Heutzutage muss man wirklich cool bleiben. Ein mir sehr nahestehender Pubertierender macht im Grunde jetzt so ein bisschen seine Lehrerinnen an und checkt ab, wer einen Freund hat. Und auf die Frage, wieso stehst du auf ältere Frauen, sagt dieser Pubertierende, ich habe gehört, bei Frauen ist das wie mit Wein. Je älter, desto besser. Wenn man dann als Mutter so einen Anruf bekommt und sich da rechtfertigen kann, muss man auch cool bleiben. Was hast du erlebt mit deinem Jungen, als der sozusagen in diese Phase eingetreten ist? Die lustigste Geschichte, also jetzt aus meiner Sicht, war unsere Telefonrechnung, die plötzlich dann expandierte. Die Hälfte aller Anrufe kamen auf seine Nummer. Der Junge hatte jede Nacht zwei bis drei Stunden telefoniert mit E-Plus unbekannt. Und der Junge selbst total cool sagte, wer kann das sein, Mensch? Da steht ja unbekannt, das kann jeder sein. Vielleicht ist das mein Freund X oder Y. Alle Frauen in der Familie meinten, das ist bestimmt ganz große Liebe. Ich hatte natürlich nichts dagegen. Große Liebe hatten wir drei Monate vorher. Sie war bei Vodafone, die Liebe. Jetzt hatten wir E-Plus unbekannt plötzlich. Ich bin zu diesem Telefonshop gelaufen, um meinen Sohn zu wechseln, genau. Weil davor hatte ich für Vodafone noch Fletträte. Und sie lachen mich von Weitem aus, die Jungs in diesem Telefonshop. Hallo, Herr Kaminer kommt mit der neuen Liebe. Schwierig dabei ist natürlich, wir wollen uns ja nicht einmischen in die privaten Angelegenheiten der Jugend. Ich sagte auch zu meinem Sohn, mein Lieber, ich möchte gar nichts wissen, wie er plus unbekannt aussieht, ob jetzt blond, brünett. Ich möchte nur eins wissen, wie nachhaltig ist deine Beziehung? Wie soll es weitergehen? Was will sie überhaupt, Junge? Und der Junge meinte, wie nachhaltig ist es zu jetzigem Zeitpunkt schwer voraussagen, weil es handelt sich um Gefühle. Gefühle sind schwer voraussagen. Speziell in dem Alltag. Ja, er will auf jeden Fall Flatrate für alle Netze. Manchmal ist das die Lösung, Wladimir. Manchmal ist das die Lösung. Wir müssen gleich noch weitersprechen, denn jetzt sind erst mal Zeit für die Nachrichten. Aber es ist herrlich, dass Sie heute hier sind und wir haben noch viele weitere Geschichten, die wir unbedingt austauschen müssen. Jetzt die Nachrichten mit Inna Dietz. Wir sehen uns.